Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was, wenn sie dich weißen? Dann stirbst du! Ich war einsam an einem neuen Ort ohne Freunde. Was hast du denn? Ich hab heute Geburtstag. Ich dachte, Mom ruft an. Hat sie nicht. Wo kommst du denn her? Ich werde dich Blue nennen. Du bist nicht blau. Du bist rot. Wir werden die besten Freunde sein. Hunde schlafen nicht im Haus. Blue, er war der erste richtige Freund, den ich jemals hatte. Komm schon, jetzt komm! Bereit? Hallo. Wo ist mein verflixter Rasierschorn? Verschwindet! Er ist ein Kauner. Großvater glaubt, ich bin nicht gut erzogen. Er hat eine alte Frau eingestellt. Sie soll bei uns wohnen. Ich wette, sie hat Wurzeln, aus denen Haare wachsen. Auf ihrer Nase. Sind Sie mein neuer Lehrer? War sie alt und haarig, Dad? Äh, nein. Wie in alten Zeiten. Über einen Menschen, harte Arbeit, viel Schweiß, das waren gute Zeiten. Angst vor ein bisschen Konkurrenz? Zeig, was du drauf hast! Wenn ich dich anrühre, wird ein Hund mich beißen. Was soll das werden? Dann irgendwelche Tricks? Wie ein Sitz? Wir alle laufen hin und wieder davon. Die Erinnerungen, die wir haben, müssen wir bewahren. Vergiss nicht, du wirst hier immer ein Zuhause haben. Fahren wir! After alle greyh� chu considerably! Was soll das gemacht werden? 另 alle Leute, die wir haben, müssen wir uns auf dem Trip.